Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser schon heute unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, macht doch keinen Fass auf und für diesen müssen wir Gong in der Schlacht um Dazar Alor auf dem Fröhlichkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir sechs Fässer zerstört haben. Als allererstes müssen wir nämlich sechs Fässer herbringen und ihr seht schon, hier tragen die Verbündeten die um die Ecke. Ich bin fälligerweise davon ausgegangen, dass sie irgendwo da hinten liegen. Nein, die liegen direkt an der Treppe quasi, wo man zu ihm hochgeht und das ist auch bei der Allianz so. Also auch bei der Allianz habt ihr sie direkt an der Treppe liegen, da habt ihr ja einen bisschen anderen Raum, weil ja Horde und Allianz quasi die Schlacht von Dazar Alor ein wenig anders erleben. Gut, sobald ihr nämlich die Fässer zusammengesammelt habt, könnt ihr sie aufnehmen, ablegen, wo ihr wollt. Die sind nämlich relativ wichtig, denn mittels dieser Fässer spielen wir das Achievement. Gong muss die Fässer zerstören und wie machen wir das? Gong hat nämlich eine Fähigkeit, die ihr meistens auf Millis einsetzt und dann hinterlässt die eine Void Zone und diese Void Zone geht nach 1-2 Sekunden hoch und verursacht Schaden und zerstört auch zusätzlich diese Fässer. Jetzt gibt es hier verschiedene Taktiken, die ihr spielen könnt. Es gibt eine Taktik, dass man die Fässer hier im Raum ein bisschen verteilt, dann die einzelnen Leute nach und nach auf diese Positionen gehen, um damit diese Fässer zu triggern und hoch zu jagen. Denn, warum sollte man das vielleicht einzeln machen? Der Boss bekommt einen Damage Buff, ich glaube 20% oder sowas um den Dreh rum, müssten es sein, dass er mehr Schaden macht, sobald er quasi so ein Fass zerstört hat. Die zweite Taktik, die wir hier fahren werden, was ihr gerade seht, wir stellen die ganzen Fässer komplett zusammen. Hier nochmal einmal nach unten gelaufen, dort unten um die Ecke liegen quasi die Fässer. Unsere Taktik besteht darin, alle Fässer auf einen Spot zu legen und ganz am Ende, wenn wir Gong auf so etwa 5% runtergenudelt haben, dementsprechend uns da hinzustellen, alle zusammen, dann geht auf jeden Fall diese Void Fläche dort drauf. Es jagt das hoch, Gong hat dann 5-6 Buffs, 6 Fässer waren 6 Buffs gleichzeitig, so 120% mehr Damage. Ist aber egal, weil wir dann innerhalb von ein paar Sekunden umhauen werden. Das war unsere Taktik, ihr werdet gleich sehen, ob die großartig funktioniert hat. Wir ziehen hier den Boss rüber, ein paar Prozent hat er noch, 9% sind es jetzt noch und wir stellen uns quasi hier drauf. Und jetzt seht ihr, rennt die komplette Gruppe hier hin, dass auf jeden Fall die Void Fläche dort auch abgelegt wird. Und ihr seht, dort haben wir die Void Fläche, wir rennen da jetzt raus und der Boss hat hier einen Haufen Stacks. Und der haut jetzt richtig, richtig gut zu, ist aber egal, weil er nur noch ein paar Prozent hat. Und ja, wir ziehen quasi alles und hauen ihn jetzt damit um. Am besten spart ihr euch vielleicht HT auch auf, wenn ihr es so spielt, wie wir. Ihr habt gesehen, wenn die Tanks CDs ziehen, ist das auch kein Problem. Vor allem, wenn ihr es im Normal-Mode macht, da haut er allgemein nicht so sehr zu. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wenn das der Fall sein sollte, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.